Moinsen ihr Füchse und Füchseinnen da draußen, ich bin euer Blaupuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Diablo 2 Resurrected. Wir waren im letzten Part im wunderschönen Loch unterwegs, haben unser Inventar gefüllt, mussten jetzt erstmal verkaufen und ich würde sagen, wir gehen straight zurück ins Loch, sammeln erstmal noch a la loot, was da so ist. Und bevor wir dann aber gleich in den Turm gehen, schauen wir, dass wir dann unsere Begleiterin hier einmal nochmal ausrüsten. Wie sieht es mit Heiltränken aus? Schwach, schwach, schwach. Leichter Heiltrank. Dass wir da ein bisschen besser gerüstet sind für die zukünftigen Dinge, die da gleich noch kommen. Eine Scherpe, ein bisschen Gold. Da war noch ein Regenerationstrank, aber erstmal noch ein bisschen nebenbei hier natürlich erstmal das Loch erforschen und gucken, was hier so abgeht. Das Loch, oh, hallo. Wo sind die Kollegen? Moin. Aura, regelt, Alter. Habe ich umgestellt von einmal so und dann wieder so? Ah, nee, ich habe ja jetzt auch noch den anderen Angriff am Start. Was passiert eigentlich, wenn ich den dann nicht mehr triggern kann, wenn das Mana aufgebraucht ist? Greift er dann einfach stumpf nicht mehr an? Das wäre natürlich ein bisschen übel, ne? Da müsste ich immer switchen. Weil ich habe ja keine Mana-Regeneration. Ich brauche irgendwie Mana-Regeneration. Mana-Rack muss rein. Sonst wird das hier nichts. Okay, vielleicht gehen wir doch erstmal zurück und gehen dann noch in den Turm. Ich würde sagen, wir machen unser Inventar einmal nochmal voll und dann können wir ja jederzeit einmal zurück und dann auch unsere Begleiterin nochmal wieder ausrüsten. Die ist inzwischen ein paar Level gestiegen. Ich weiß gar nicht, wer die stirbt. Fängt die wieder von vorne an? Nee, ne? Nee. Man muss lediglich ein bisschen Geld bezahlen, damit sie wieder zurückkommt. Oh, sorry Leute, ich muss auch gerade was trinken. Bin den ganzen Tag schon am labern. Und, ähm, ich habe halt am Wochenende mit meinen, ich habe es ja schon am Anfang des Let's Plays erzählt, mit meinen Brüders, haben wir richtig Gartenarbeit gerissen. Aber so reell, also so reell jetzt halt, ne? Und, äh, das hat meine Stimme so ein bisschen zerfickt. Keine Ahnung, was da abgeht. Und habe dann heute Morgen erstmal Mass Effect aufgenommen, weil ich ja Besuch hatte und kam dann nicht zum Aufnehmen. Und nach Mass Effect seitdem bin ich jetzt hier am Diablo spielen. Und wir sind irgendwie bei Folge 10 oder so schon. Und ich bin am labern und am labern und meine Stimme langsam, langsam sagt sie mir, mach mal eine Pause. Aber, du, da muss sie durch. Da muss sie durch, ne? Zum vergessenen Turm. Questlog. Dieser Turm soll vom Bösen befreit werden. Ja, erforscht die Kellergewölbe unter den Ruinen des Turms. Dieser Turm soll vom Bösen befreit werden. Auf geht's, Leute. Zum Turmkeller, Ebene 1. Keller geht ja grundsätzlich immer. Au. Keller, wo Dinge explodieren, geht auch grundsätzlich immer. Au. So, los geht's. Moin. 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 So, Speer, Amulett, Heiltrang, Regenerationstrang. Nehmen wir mal schön mit. So. 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 Oh, Lädierter Tobas. 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 Wir kennen's nicht, der Lädierte Tobas. Hast du mal wieder den Lädierte Tobas mitgenommen? Wo ist er? Wo ist er? Zeig mal den Lädierten Tobas. Jetzt nehmen wir erstmal den Lädierten Diamanten mit. Tag. Und Brust. Mann, Junge, was ist denn wieder los mit dir? Spayer. Der Drachen Spayer. Wie er auch unter Kennern genannt wird. Gut. Dann legen wir mal los. Guten Tag. Dann verkaufen wir erstmal ein bisschen und gucken mal, was die gute Chara sie im Angebot hat. Guten Tag. Okay. Eins bis 27 Schaden. Zwei Hand. Nix für uns. Nichts für uns. Nichts für uns. Nichts für uns. Oh, kann weg. Kann weg. Einheben wir mal auf. Eins zu max Schaden. Gib Widerstand. Zehn. Dann weg. Dann weg. Reparieren. So, Moment. Ich bin ganz entspannt. Jetzt bringen wir erstmal das weg. Den Kram weg. Regenerationstränke habe ich ordentlich angesammelt. Also, ich glaube, das wird reichen. Aber schadet ja nicht. So, Charly. Wie sieht es mit Waffen aus? Du hast hier einen Bogen. Zwei bis zehn. Eins bis vier. Eins bis vier. Zwei bis sechs. Zwei bis zehn. Vier zu max Schaden. Der Halt Q, wenn ich jetzt reingucken könnte, was die andere hat. Zwei bis sechs. Sieben zu Gift Schaden. Sieben. Oh, Gift Schaden über drei Sekunden. Nice. Zwei zu zehn. Vier zu max Schaden. Ist aber auch nicht schlecht. Benötigst Stufe fünf und Geschicklichkeit 28. Hat sie das schon? Oh. Yo. Würde ich sagen, gehen wir ihr den anderen Bogen, wa? Den hier. Yo. Oh. I. Danke. 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 Okay. War kein guter Plan. Der, was sie jetzt hat, ist einfach besser. So 32 Rüstung. Was ist denn da so im Angebot? Ja. Nichts besseres. Cool. Cool. Und Helm hat sich schon richtig geil auf dem Deckel. Ja, hat sich nicht gelohnt, sag ich mal. Ne, wir machen jetzt nur Geld verbraten. Cool. Ja, gut. Muss man auch mal machen, ne? Man muss auch mal einfach Geld wegschmeißen. Ja. Geld ist nicht alles. So, jetzt reden wir nochmal kurz mit I hier. Dann sind wir wieder geheilt. Guten Tag. Und dann geht's weiter durch das Gewölbe. Jagdbogen, vielleicht ist der ja gut. Das checken wir gleich mal. Vielleicht ist der geiler als den, den sie hat. Könnte ja sein. So, weiter geht's. Wundert euch nicht, wenn es auf YouTube bei euch ein bisschen dunkel ist. Das Spiel ist auch bei mir sehr dunkel. Also das gehört so. Wir sind in einem Kellergewölbe. Kellergewölbe haben die Angewohnheit, dunkel zu sein. Ebene 2. War im Original nicht ganz so dunkel. Sieht man hier. War ein bisschen heller, aber auch nur slightly. Das ist einfach jetzt auch durch das Ambient-Lightning und so. Und mehr Schäden. Schäden. Das war jetzt so eine Mischung aus Schatten und Shadows. Schäden. Wirkt das dann doch nochmal ein bisschen düsterer. Aber mir gefällt mir. Ich mag den noch düsteren Look. Wie gesagt, mir war ja Diablo 3 auch einfach zu bunt. War halt einfach irgendwie zu freundlich. Da ist dann sein Barbar durch die Horden der Untoten geflügt. Aber es sah so freundlich aus. Weil die alle so comicmäßig aussahen. Nicht besudeltes Grab. Gönn mal. Großer Zauber. Hei, hei, hei. Was ist hier denn los? Joa. Man muss doch mal einfach draufhauen, ne? Manchmal muss man auch einfach mal draufhauen. Bitte öffne das Grab. Bitte öffne auch diesen Sarg. Nichts von Belang. Okay. Dann weiter. Okay. Nächste Ebene. Turm, Keller, Ebene 3. Wie sie sich da direkt am Eingang auch versteckt haben, so von wegen. Ja, ja. Wir warten nur auf euch. Wir riechen lebende Leute. Da rieche ich doch Leben. Das werde ich aussaugen. Rüstungsständer mit nur Stiefeln dranne. Moin. Alter. So lobe ich mir das. Turm, Keller, Ebene 4. Ein Scepter. Düstern ist irgendwas. Konnte ich nicht so schnell leben. Oh, geht das. I don't like Gift. Gift ist böse. Ich kann nicht noch mehr tragen. Sind wir jetzt schon wieder voll? Alter, Mann. Wie juckend ist denn das? Okay. Mal kurz zu Deckard. Ja. Kurz identifizieren. Bei Akara ein paar Schriftrollen reingeorgelt. Geist euch willkommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dankeschön. Vier bis sechs. Zwei zumindest. Schaden. Kann weg. Amrus kann weg. Das kann weg. Zauber. Sechs Gift. Schaden über drei Sekunden. Feuerwiderstand plus sechs. Nice. Trotzdem weg. Tränke. Nice. Weg, weg. Irgendein Siebel. Weg. Okay. Passt. Dann das Geld kurz in die Kiste gepackt. Und zurück in den Turm. Da ist noch ein Jagdbogen. Vielleicht regelt der ja. Vielleicht. Aber wahrscheinlich eher nicht. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Hier geht schon weiter. Gehen wir gleich hin. Gucken wir erstmal hier noch. Okay. Hier ist noch ein Waffenregal. Regal. Okay. So. Zum Turmkellerebene. Fünf. Oh, oh. Was haben wir hier? Besiegt die böse Gräfin. Ah, die böse Gräfin. Wo ist die böse Gräfin? Oh, die böse Gräfin hat so ein kleines... Wie nennt man es? Ein kleines, äh... Blutgefäß hingestellt. Was schön ist. So, wunderbar. So, Mana geht mir aus. Das heißt, ich wechsle mal eben wieder auf, äh... Ganz normalen Angriff. Acht Schaden an sich selbst. Ach, mach sogar Schaden an mir. Cool. Und der hier? Zwei Mana kosten. Angriffe zu den Schaden plus zwölf. Ist schon cool. Bisschen Mana-Trank? Nö. Liegt da einer rum? Nö. Ah, wir machen erstmal weiter. Mal gucken, was passiert, wenn das Ding leer ist. Wenn der dann einfach normale Angriffe macht, wäre ja in Ordnung. Ich hoffe, er macht das einfach. Wahrscheinlich aber nicht. Nö, doch. Er scheint dann einfach einen normalen Angriff zu machen. Das geht ja. Ist das so? Da, die Gräfin. Krass. Ah, die ersten Runen kommen an den Start. Nice. Allein dafür hat es sich gelohnt. Geld, 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 Geld. Hier kommt ein bisschen Crafts in mir raus. Geld, 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 Geld. Gib ran den Kram. So. Was haben wir denn hier noch? Leichter Mana-Trank. So. Kann man sich auch immer welche aus dem Inventar eben reinorgeln. So. Bolzen, Krummsäbel. Okay. Den einen oder anderen kann man da ruhig mal haben. Alter Leute. Ihr müsst mir jetzt hier nicht, ne? Das tut nun nicht Not. Quest Log. Quest abgeschlossen. Ding, ding. Sehr schön. Hier läuft einfach noch ein bisschen Gold rum. Wer kennt's nicht? Ich schmeiß mein Gold auch immer einfach auf den Boden, weißt du? Wofür sollst du das in so ein Säckchen tun oder so? Wenn man das noch einfacher auf den Boden werfen kann. Ist doch viel einfacher. Du, 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 du. Rackadichu. Oh. Da war noch ein ledierter Smaragd drin. Nice. Okay. Damit wären wir fertig mit dem Turm. Verlassung einleiten. Einmal zu Deggert. Gut gemacht, mein Freund. Jo. Durch Mut und Gelegenheit wurde eine neue Art der Alchemie geschaffen. Bitte? Erkläre dich, Deggert. Ich verstehe nicht. Ja. Ja. So. Zwei bis sechs fügt. Oh, Blitzschaden. Bleib trotzdem weg. Der kann auch weg. Der kann weg. So. Das kann weg. Was wollte ich jetzt noch? Irgendwas war mir noch wichtig. Ach ja, genau. Wir gehen eben kurz. Einmal reparieren. Was braucht ihr? Was braucht ihr? Ich brauche Reparatur. Dann packen wir mal die Runen weg. Wir brauchen eine Keule. Da müssen wir jetzt langsam anfangen, darauf zu achten. Ab Level 13 können wir nämlich das erste Runenwort machen. Und dafür brauchen wir Tier und L. Ich habe nichts davon. Schade. Das zweite wäre ab 15. Da bräuchten wir I, L und Add. Eine Add-Router haben wir ja schon mal. Die hier. Tal-Rune brauchen wir halt eigentlich gar nicht. Ich hebe sie trotzdem mal auf. Who cares? Aber brauchen wir eigentlich nicht. So. Nur, dass wir dann schon mal so ein bisschen gucken, ob wir entsprechende Gegenstände finden oder so. 11 von 15 hält noch. Sehr schön. Juni. Dann. Gucken wir mal. Hoffentlich habe ich schon den... Scheiße. Ich habe den Schwarzmoor... Das Schwarzmoor-Ding noch nicht aktiv. Das heißt, wir müssen jetzt den ganzen Turm wieder nach oben latschen. Speise. Ja, juckt ein bisschen. Wäre schlauer gewesen, sich vorher den Teleporter zu holen, dann müsste man jetzt nicht alle Ebenen nochmal durchrennen. Aber gut. So kann man das nochmal wieder erleben. Ist doch auch schön. So einen kleinen Spaziergang durch das Erreichte machen, weißt du? Eben nochmal checken, was los war. Gucken, ob man noch einen Gegner übersehen hat. Alles chillig. Alles manillig. So, da lang. Ne, hier durch. Ich dachte, lebt da noch was, aber es sind Fledermäuse. Alles cool. Alles cool. Hab nichts gegen Fledermäuse. Fledermäuse sind cool. So, Ausdauertrank am Start. Ja, sicher. Gar kein Problem. Und auf geht's. Back im Schwarzmoor. Jetzt suchen wir ja nur noch den Teleporter, der hier irgendwo noch sein muss. So, was ist das für ein Ding? Das Loch. Wo ist denn der Teleporter, Junge? Irgendwo muss der doch sein. Der ist in der Regel auch entweder, na... Direkt am Eingang? Oder halt bei diesem Turm irgendwo. Aber irgendwo muss er sein. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Toll. Sehr schön. Dann, das nächste befindet sich erst beim äußeren Kloster. Da machen wir uns dann jetzt mal auf hin, wa? Nett mit ihren Kugelhänden. Konzentration auf bestimmte Gegner. Ja. Ja. So, was ist hier los? Moin. So ein letzter kleiner Mujikana, der da rumläuft. Läuft bei ihm. Kleiner Schild. Schwacher Mana-Trank. Reingeorgelt. So. So. Was ist denn hier so los im Hochland, hm? Ah, ein Level ab. Oh, lobe ich mir das doch. So, Moment, kurz leveln. Tja. Ich würde sagen, jetzt ballern wir wieder 5 in Vitalität rein. Noch geht ja Geschick, ne? Oder wir hauen... Ja, nee, komm, wir hauen jetzt mal 5 in Vitalität. Oh, ein bisschen mehr Leben. Dann hauen wir schön. Was in unser heiliges Feuer? 8,6 Meter und 39 Damage max. Nice. So. Ja, du musst mal ein bisschen entspannt bleiben. Das ist ja schon wieder so rumstresst hier, ne? Der hat wieder keinen Bock mehr. Na gut, meine Lieben. Ihr hört den Hang reden und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle wieder so einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es mit dem Däumchen da. Kommentar und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Paar wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. 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 Untertitelung des ZDF, 2020